Musik Mein Lieber und Jan, unser Restreferent ist Thomas Saschenbecker, Rechtsanwalt und Experte im Psychiatriebe. Ich sage Ihnen offen, dass er über Klare zu den Star-Anwälten der Republik zählt. Er hat mehrfach schon Fachausschüsse des Bundestags in verschiedenen Landtagen verraten, so schnell es um neue Gesetze zu übergehen. Ich darf zum nächsten Mal aus dem Maßstab der Vorzug, Herr Robert, verliehen. Ich habe das an der Stelle, dass Sie ja aus der Fähigkeit im Maßstab der Vorzug erledigt haben. Ich habe mich auch noch ein ganzes Stück darauf verabschiedet. Da war man eben zwar bewerten konnte, weil man letztlich völlig zum Statistik gekommen ist, im Maßstab der Begriff der Parteikern. Das mag immer sein, das würde ich auch noch gerne mit dem Herzblut im Verfahren, was möglicherweise zum Sicherungsverfahren führen kann von den Landgerichten, beziehungsweise ich versuche, die Statistik da reinzusetzen, dass die Offenheit der Staatsanwälten möglichst nicht umgarten lassen. Und ich hoffe, dass man vorher auch hier anfängt, dass wir wirklich in ein normales Strafverfahren kommen, wo tatsächlich das Ausfluss der Landstiftung ist, das ist nicht so weit unmöglich. Bei einem einleuten, starker Traum, und wahrzunehmen, wo ich auch zu sagen, ist, dass wir stigmatisieren, wo man tatsächlich wahrnimmt, der kann sowieso nicht die Wahrheit sagen, das ist überhaupt nicht mehr wichtig, dass man ja den Kultus aus der Richtung ist. Das ist so unverrückt. Und damit wir wieder walten, dass wir natürlich noch einen schönen Aufruf machen. Das ist noch einmal mein Thema. Wenn ich damit habe, mein Thema auch ist das Betreuungsrecht und Kindschaftsrecht, weswegen nur diese Anerkaufstumme zum Maßstum, das Betreuungsrecht, Betreuungsrecht und Maaststum, das Betreuungsrecht und Kindschaftsrecht haben zu Recht diejenigen in der Lage gemeinsam, außer das systematische Einbau- und Behandlungrecht. Allerdings gibt es natürlich verschiedene Betriffe, unterschiedliche Rechtsbegriffe, unterschiedliche Rechtsinstitute, dieses Wohl der Betreuung einerseits und das Klima- und Wohl der Anerkaufstumme. Und da beginnen auch die geometralen Unterschließungen. Einerseits nimmt der Staat für sich natürlich den Anspruch, dieses Wohl der Reaktionieren zu können, sowohl bei einer psychischen Erkrankung als ursprüngliche Legitimation daraus, aus dem Sozialstaatsprinzip, dass man sich im Wege der Fürsorge um solche Menschen kümmern muss und genauso eben um das Kindeswohl. Das sind Begriffe, die durch den Richter und die um sie ihn umgebenden Denker eben definiert werden und die ihre Definitionen erfahren, aus meiner Sicht zumindest im Kindschaftsrecht in eine sehr ungesunde Richtung. Das Wohl des Betreuten, das muss man ganz klar sagen, das Wohl des Betroffenen im Betreuungsverfahren hat in den letzten zehn Jahren mit den sukzessiven Reformen des Betreuungsrechts Verbesserungen erfahren hinsichtlich des Selbstbestimmungsrechts eines jeden Betroffenen. Man kann heute nicht mehr sagen, dass Wünsche oder auch der Wille eines Betreuten nicht mehr maßgeblich ist. Es gibt Rechtsinstitute der Patientenverfügung, es gibt Möglichkeiten, dass man im Vorfeld tatsächlich auch sich gegen eine psychiatrische Behandlung durch eine Patientenverfügung entscheidet und diese Patientenverfügung dann auch maßgeblich tatsächlich ist und Richtschnur dafür ist, dass sie niemals in der Psychiatrie zwangsbehandelt werden. Es schützt sie nicht vor Maßregelvollzug, um das auch zu sagen, es schützt sie auch nicht vor der Begutachtung im Maßregelvollzug, aber es schützt sie zumindest davor auch noch effektiv in den Landesgesetzen, dass sie jemals mit Neuroleptika zwangsbehandelt werden, ohne dass sie das wollen. Die gesamte Entwicklung im Betreuungsrecht ist anders als im Kindschaftsrecht. Im Kindschaftsrecht diametral entgegengesetzt, erfährt eigentlich das Wohl des Kindes immer rückläufigere Tendenzen, was das betrifft. Man muss, ich vergleiche es jetzt mal etwas salopp, fast wie mit dem Fehlerbegriff im Kaufrecht, dass jede Abweichung der eigentlichen Solleigenschaft vom tatsächlich Existierenden, dass jede Abweichung gleich als pathologisch gelten soll und der Psychiater irgendwie zur Hilfe genommen wird. Das Kindeswohl ist nicht mehr zur Disposition der Eltern gestellt, sondern es wird immer mehr objektiviert, es erfährt immer mehr irgendwelche Richtlinien durch Jugendämter und durch Sachverständige oder Familiengerichte. Und aus diesem Grund ist das Kindschaftsrecht natürlich ein ganzes Stück verkommen. Aber zunächst zum Betreuungsrecht. Da ist tatsächlich das Selbstbestimmungsrecht des Betreuten vorrangig. Leitentscheidung war damals die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zum rheinland-pfälzischen Maßregelvollzugsrecht. In der damaligen Entscheidung hat das Bundesverfassungsgericht sich gegen eine Zwangsbehandlung von einwilligungsfähigen Menschen ausgesprochen. Und generell bei einwilligungsunfähigen Patienten, Kriterium natürlich wieder ärztliche Begutachtung leider, weil auch bei einwilligungsunfähigen Patienten hat das Bundesverfassungsgericht sich zunächst dafür entschieden, auch hier generell von der Unzulässigkeit auszugehen. Der Bundesgerichtshof hat sich diesen Entscheidungen angeschlossen. Das heißt, sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene waren zunächst jede Zwangsbehandlung in der Psychiatrie verboten gewesen. Der Gesetzgeber hat den § 1906 BGB rechtliche Grundlage der Zwangsbehandlung danach reformiert, hat ihn wesentlich abgeändert und nur noch als Ultima Ratio gesehen, aber doch natürlich im Grunde wieder die Zwangsbehandlung ein ganzes Stück weit genehmigt, auch auf dem Bereich des Unterbringungsrechts, auch auf dem Bereich der Landessychiatriegesetze, sodass jedem nur anzuraten ist, sich tatsächlich umfänglich durch Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung abzusichern und im Vorfeld schon Nein zu einer möglichen psychiatrischen Behandlung zu sagen. Es sei denn, man hat natürlich vertrauensvolle Psychiater, an die man sich tatsächlich wenden kann und wo man auch tatsächlich die Möglichkeit hat, eine gewisse Wahl zu treffen. Zwangsbehandlung bedeutet, dass Sie sich den Arzt nicht mehr aussuchen können. Das kann irgendein Fuscher oder sonst irgendein Scharlatan sein. Was der Ihnen verordnet, müssen Sie einnehmen. Das ist Zwangsbehandlung in der Praxis, in der Psychiatrie. Das kann sich über Jahre, das kann sich über Monate oder zumindest über Wochen ziehen. Das kann bis zu Ihrer existenziellen Vernichtung gehen. Sie können Arbeitsplatz verlieren, Sie können Ihre Umgebung verlieren, Sie können alles verlieren, wenn Sie in die Psychiatrie zwangseingewiesen werden. Das Machtinstrument ist immer noch immens und ist immer noch groß und die Fehlerquote einer Fehldiagnostizierung mit Sicherheit vorhanden. Ich werde mich etwas kurz fassen wegen den Rednern, die noch nach mir kommen, möchte aber doch noch gerade im Hinblick auf die Patientenverfügung eine kürzliche Ergangene Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte vom April 2013 auf die Bezug nehmen. Da hat man sich geeinigt auf einen Schadenersatz bei einer Zwangsbehandlung trotz Patientenverfügung. Es ist also durchaus so, dass die Ärzte und auch die Einrichtungen vorsichtig geworden sind, zwangszubehandeln, wenn sie eine Patientenverfügung haben. Das sind natürlich im Vergleich lächerliche Beträge, aber es sind immerhin tatsächlich Beträge. Das waren in dem Fall 14.000 Euro bzw. 12.000 Euro für eine Zwangsbehandlung trotz Patientenverfügung, die die Bundesrepublik Deutschland dann freiwillig bezahlt hat im Wege eines Vergleiches. Das ist zumindest anerkennenswert und zeigt eigentlich die Bedeutung von Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung und zeigt, wenn wir jetzt gerade auf die Hürden, meine Thematik zu sprechen kommen, dass sie nicht völlig rechtlos sind und dass sie durchaus Möglichkeiten haben, sich gegen psychiatrische Willkür zu wenden und auch zur Wehr zu setzen. Wie gesagt, da ist das Betreuungsrecht ein ganz römlicher Ausnahmefall, maßregelvollzugsrecht oder Kindschaftsrecht, das sind ganz andere Liegen, auf denen da gespielt wird. Man kann auch fast sagen, dass linear mit der Stärkung des Selbstbestimmungsrechts die Kinder- und Jugendpsychiatrien wie Pilze aus dem Boden geschossen sind. Und man natürlich jetzt versucht, da die möglichen Erwerbszweige auf Kinder und Jugendliche, die sich erfahrungsgemäß viel weniger wehren können als erwachsene Menschen, auf die auszudehnen. Ein erwachsener Mensch hat heutzutage, abgesehen vom Maßregelvollzug, durchaus Möglichkeiten, sich gegen die Psychiatrie zu Wehr zu setzen. Da kann ich Sie nur ermutigen, das auch zu tun, dass Sie rechtzeitig vielleicht auch tatsächlich eine Patientenverfügung errichten oder zumindest in kritischen Fällen, es gibt auch viele, die sagen, ich muss jetzt ins Krankenhaus, ich möchte mich da lieber rechtzeitig und tatsächlich absichern. Das können Sie selbst. Der Gesetzgeber hat keine Wohnhürden aufgestellt. Sie brauchen weder einen Notar für eine Vorsorgevollmacht beziehungsweise Patientenverfügung, lassen Sie sich das nicht einreden, noch brauchen Sie in irgendeiner Weise einen Formzwang oder so. Es sollte schriftlich sein zu Ihrer eigenen Dokumentation, es muss nicht handschriftlich sein. All das, was hier im Umlauf ist und was Sie im Internet lesen können, ist schlichtweg falsch. Eine Patientenverfügung können Sie generell selbst errichten. Eine Vorsorgevollmacht können Sie bis zu der Grenze selbst errichten. Wenn Sie über Immobiliarvermögen verfügen, muss dieser Formzwang sich natürlich fortsetzen in der Vollmacht. Das heißt, es muss zumindest notariell beglaubigt sein, dass Sie hierüber einen dritten Vollmacht erteilen. Die Vorsorgevollmacht ersetzt institutionell die Betreuung, die Patientenverfügung ersetzt den möglicherweise objektivierten Willen der Vernunft zu heiter Ärzte über Sie. Und hier sollten Sie tatsächlich handeln, weil wir genug Beispielsfälle haben, was sonst mit Ihnen passieren kann und wie schnell Dinge Ihnen so passieren können. Das ist der erfreulichere Aspekt. Der weniger erfreuliche Aspekt ist, der Herr Prestin wird darauf noch detaillierter eingehen, ist das Kindschaftsrecht. Hier sehen sich Eltern immer mehr einer völlig desillusionierenden Allianz von Jugendamt, Gutachter, Verfahrenspfleger beziehungsweise Verfahrensbeistand und Pflegeeltern beziehungsweise Heim entgegen. Neuerdings ist es so, dass leider auch Pflegeeltern am Verfahren beteiligt werden. Spätestens nach zwei Jahren dürfen die Pflegeeltern ebenfalls Anträge stellen und haben praktisch dieselben Rechte wie Eltern. Inzwischen jedenfalls ist das die faktische Erfahrung, die sie in der Praxis erfahren. Das muss nicht immer negativ sein, ist aber in den meisten Fällen tatsächlich negativ. Pflegeeltern sind heute nicht mehr die Profis, die sie mal gewesen sind, dass man ganz einfach sagt, wir sind Ergänzungseltern, wir helfen letztlich den leiblichen Eltern hier bei der Entwicklung, sondern Pflegeeltern sind Ersatzadoptiveltern geworden, sind vielfach eben gerade nicht mehr die fürsorgerischen Eltern, sondern das sind häufig Familien mit eigenem Kinderwunsch, wo der Kinderwunsch eben nicht so erfüllt wird und die dann eben sehr an dem Kind hängen und an dem Kind leben und mit entsprechendem Herzblut dann auch tatsächlich ihre Rechte, ihre vermeintlichen Rechte in einem familiengerichtlichen Verfahren verfolgen, wenn es tatsächlich mal zu einer sogenannten Neubeälterung durch Pflegeeltern gekommen ist. Die kriegen Geld dafür, natürlich. Ja, das ist auch nicht verwerflich, die sollen ja auch Geld haben. Das ist nicht das Problem der Pflegeeltern, sondern das eigentliche Problem ist, dass sie die Professionalität nicht mehr haben, dass sie sehen, sie sind ergänzende Eltern und sie sind, um das ganz böse zu formulieren, letztlich die Geldmama gegenüber der Bauchmama. Man stigmatisiert immer die leiblichen Eltern so gerne als Bauchmama und Bauchpapa dann, aber man redet bei den Pflegeeltern nicht davon, dass sie eigentlich die Geldmama und der Geldpapa sind, was eben ein Stück weit auch die Rechtsstigmatisierung dann wäre, um dann mal zu sagen, da sind eigentlich auch die Grenzen der Pflegeeltern. Pflegeeltern. Ja, in der familiengerichtlichen Praxis sehen Sie sich inzwischen in der Vielzahl von Ignoranz, von Floskeln, Textbausteinen und Allgemeinplätzen ausgesetzt. Der leitende Satz ist immer, das Kind muss zur Ruhe kommen. Und wo kommt das Kind zur Ruhe? In der Psychiatrie. Das sind tatsächlich faktische Probleme. Das Jugendamt nimmt in Machtvollkommenheit zunächst mal das Kind aus der Familie raus. Wir haben keinen Rechtsstaat, sondern das Jugendamt entscheidet, ob es in Obhut nimmt oder nicht. Es gibt keinen richterlichen Beschluss, keine richterlichen Kontrolle und wenn die Kinder dann traurig sind beziehungsweise natürlich überhaupt nicht mehr wissen, was geschieht um sie herum, dann werden die Kinder pathologisiert und es kommt dann eben dazu, sodass die Kinder wegen ihrer vermeintlichen Auffälligkeiten in die Psychiatrie kommen, um das genau abklären zu können und bei den Wortfloskeln zu bleiben. Es ist ein massiver Eingriff im Grundrecht des Kindes. Die Kinder haben im Grunde in der Psychiatrie überhaupt keine Rechte mehr. Das ist, ob sie jetzt einen Vormund haben, tatsächlich durch das Jugendamt oder nicht, ist schlicht und ergreifend, eigentlich muss man sagen, eine Erniedrigung für die Kinder. Sie können nicht ein 8-jähriges oder 3-jähriges Kind als psychisch krank stigmatisieren. Das sind tatsächlich, muss man sagen, auch größtenteils eben Erfindungen und sie können erst recht nicht Kinder in dem Alter mit Neuroleptika behandeln. Die Persönlichkeit ist überhaupt nicht ausgereift dieser Kinder und sie verändern die Persönlichkeit der Kinder durch die Neuroleptika-Gaben bis zur Vernichtung der Persönlichkeit. Sie können beobachten, dass das solchen Kindern in der Regel nichts mehr wird, weil sie überhaupt keine Zukunftsperspektive mehr haben. Nicht beachtet wird und von den Familiengerichten auch diese sekundäre Kindeswohlbefährdung, die eben durch die Herausnahme der Kinder aus der Familie passiert. Die völlig unvorbereitete Herausnahme durch fremde Jugendamt-Personen traumatisiert die Kinder ganz massiv und führt erst zu dem pathologischen Zustand, wegen dem man dann die Kinder eigentlich behandeln muss. Das heißt, es wäre viel sinnvoller gewesen, die Kinder zunächst in der Familie zu belassen, gerichtliche Beschlüsse oder gerichtliche Hilfen abzuwarten, aber darauf kommt es überhaupt nicht mehr an im Familienrecht. Größtenteils sollen Fakten geschaffen werden durch einstweilige Anordnung, die der Richter ungeprüft teilweise erlässt, ohne sich irgendwas genauer anzuschauen. Und aus dem Grund, und dann kommt es eben zu diesem Selbstlauf, den wir kaum noch aufhalten können als Anwälte, wo wir tatsächlich ebenso wie im Maßregelvollzug mehr oder minder immer mehr zu Statisten vorkommen. Egal, was wir tun, egal, mit wie vielen Anwälten wir da auftauchen, es wird immer schwieriger und immer unmöglicher, wieder letztlich die Kinder aus diesen Zuständen herauszubekommen. Mir sind selbst verschiedene Fälle bekannt, wo Kinder ohne gerichtlichen Beschluss über Jahre zwangsbehandelt werden. Sie haben am Schluss von den Kliniken und Diagnosen, die die Seitenweise gehen, wie diese Kinder pathologisiert sind, wie ihnen irgendwie eingeredet worden ist, sie seien angeblich misshandelt oder sonst traumatisiert worden durch die Eltern. Das einzige Trauma, was die Kinder auch tatsächlich erfahren haben, ist eben die Herausnahme, die unvermittelte Herausnahme aus der Familie. Das ist ein Teil dieser beängstigenden Entwicklung, denn letztlich dient dieses ganze Verfahren der Disziplinierung der Familie. Oft kommt zunächst eine SPFH, eine sozialpädagogische Familienhilfe, in diese Familie. Bei möglichen Verstößen oder gar Widerspruch, das ist ähnlich wie in der Klinik, kommt es zu einer rigorosen Disziplinierung. Wir können auch anders, wir können auch das Kind aus der Familie herausnehmen und als nächster Schritt dann tatsächlich eben die Herausnahme des Kindes. Jede Akzentuierung von Eltern, jedes Anderssein als die Norm, als der Durchschnitt wird pathologisiert, wird psychiatrisiert, letztlich Charaktereigenschaften, mit denen sich das Kind eigentlich auseinandersetzen müsste, auch wenn sie unliebsame Charaktereigenschaften sind, wodurch das Kind auch wächst in seiner Entwicklung, wenn es sich mit dem unschönen Charakter Zügen seiner Eltern auseinandersetzt. Das musste jeder von uns auch irgendwie tun. Wir haben an unseren Eltern sicherlich auch nicht nur Positives gefunden. Jede unangenehme Charaktereigenschaft, jede missliebige Charaktereigenschaft wird zum Anlass genommen, die Kinder letztlich aus der Familie zu nehmen, zu regulieren und zu disziplinieren, was eine wirklich enorme Fehlentwicklung im Familienrecht ist, die überhaupt aus meiner Sicht so einfach nicht mehr aufzuhalten ist. In der Praxis ebenfalls zu beobachten ist natürlich dann, das könnte man fast als Textbaustein nehmen, wie wird mit den Eltern verfahren, wenn sie dann die ersten Umgangskontakte wieder haben mit ihren Kindern, dann sind die Kinder nach Besuchs- und Telefonkontakten mit seinen Eltern, wird das Kind dann als deutlich unruhiger erlebt. Das sind typische Berichte von Heimen und Pflegeeltern, die können sie eigentlich als Textbaustein nehmen, weil sie sie gar nicht mehr im Einzelnen brauchen, weil gar nicht mehr nach dem Kind geguckt wird. Dass jedes Kind auffällig ist, wenn es zunächst aus der Familie rausgenommen worden ist und dann seine Eltern wieder sieht, ist ein ganz normaler Fall. Es wird aber pathologisiert, es wird zum pathologischen Zustand gemacht und es wird Grundlage einer Psychiatrisierung, für eine spätere, oft langjährige Psychiatrisierung der Kinder. In dem Bericht, den ich hier habe, von den LVR-Kliniken Bonn, geht es auch konkret um solchen Fall, dass ein Kind aus der Familie rausgenommen worden und ist dann mehr als eineinhalb Jahre zwangsbehandelt worden in der Klinik, ohne richterlichen Beschluss, auf den kam es gar nicht an. Die Mutter hat dagegen Protest angemeldet und hat Hausverbot in der Klinik bekommen. So wird heute mit Eltern und mit Elternrechten umgegangen. Die Gerichte hat es überhaupt nicht interessiert. Die haben nebenbei und ohne mündliche Verhandlung, was natürlich schon von jeher ein Rechtsbruch ist, haben ohne mündliche Verhandlung dann irgendwann ein Gutachten eingeholt, was nach Aktenlage erstellt worden ist und ebenfalls bestätigt hat, dass die Mutter natürlich in keiner Weise erziehungsfähig sei. So wird heute tatsächlich mit dem Grundrecht, mit Elterngrundrechten umgegangen, mit Artikel 8 MRK beziehungsweise Artikel 6 Grundgesetz. Hilfe hat man sich eigentlich von den ganzen Modellen zugunsten des Kindes versprochen, auch mit der Novellierung eigentlich des Familienrechtes durch einen Anwalt des Kindes, durch einen Verfahrensbeistand, der den Kindern tatsächlich helfen sollte. In der Praxis erleben Sie, wenn solche Verfahrensbeistände tatsächlich engagiert sind, ich habe hier eine Kollegin aus Bonn, die am Amtsgericht Köln mal tatsächlich auch sich entsprechend eingesetzt hat, genauso eine andere Kollegin aus Rheinbach, das ist beim Amtsgericht Andernach ein Fall gewesen, die tatsächlich Missstände in den Heimen aufgedeckt hat, die, das weiß meine Kollegin, die hier unten auch sitzt, die sich dafür eingesetzt hat, dass die Kinder nicht am Wochenende mehr nach Hause müssen mit den Pflegekräften, was ja per se eigentlich ein Unding ist, die Frau ist entlassen worden als Verfahrensbeistand und bekommt keine neuen Aufträge. Das heißt, das ist die Praxis des Anwalts des Kindes. Sie müssen in dieser Allianz schon mitspielen, ansonsten bekommen sie keine Aufträge mehr und ansonsten funktioniert wahrscheinlich diese ganze Systematik, die sich inzwischen im Kinder- und Jugendrecht herausgebildet hat, nicht mehr so, wie man sich das vorgestellt hat. Man kann wirklich Seiten damit füllen und die Fälle sind, die man so sieht und die man erlebt in der Praxis, das sind bei Weitem keine Einzelfälle mehr. Es sind inzwischen ein ganzes Groß, sogar teilweise ein Großteil der Fälle, bei dem man gar nicht mehr berichten kann, dass man sagen kann, ja, so sind wir ja in unserem Gericht nicht, sondern es ist tatsächlich eine sich immer mehr durchsetzende Praxis zu Lasten des Kindeswohls und mit einer vermeintlich selbst erfundenen Definition des Kindeswohls, das nur ein Ziel hat, Kinder zu psychiatrisieren, neu zu beheltern oder in Heime unterzubringen und gar nicht mehr in die Ursprungsfamilie zurückzulassen. Das ist leider, muss man sagen, heute größtenteils Ausrichtung der in sich machtvollkommenden Jugendämter, die sich da noch nicht mal reinreden lassen. Eine ebenso unrühmliche Rolle spielen, das muss man klar sagen, die Denker der Richter im Sinne des Gutachters. Der Gutachter ist eigentlich Hilfsperson des Richters, aber man kann heute guten Gewissens keinem Elternteil mehr raten, sich begutachten zu lassen. Ich habe hier auch einen Fall, den ich klar belegen kann, das Amtsgericht des Reckninghausen, wo ein Gutachter dann mal diese vermeintlichen Beurteilungen zu Lasten der Eltern über eine angebliche Misshandlung, ich sehe schon, ich muss zum Ende kommen, über eine angebliche Misshandlung der Kinder, ganz klar widerlegt hat, auch fachlich fundiert mit Anknüpfungstatsachen widerlegt hat und letztlich da auch zumindest verstärkt Umgangskontakte zuzulassen gewesen wären, wenn nicht sogar an eine Rückführung zu denken gewesen wäre. Da hat mir das Amtsgericht Reckninghausen ganz einfach geschrieben, aufgrund dieses eingeholten Gutachtens einer Kapazität in solchen Fällen sieht sich das Gericht genötigt, wohlgemerkt ohne Anhörung des Sachverständigenkommens ein weiteres Sachverständigutachten einzuholen, weil das Gericht das Gutachten nicht nachvollziehen könne, was der Gutachter erstattet hat. Es ist also durchaus so, dass man sich hier gerne zurechtlegt, wie das eigentlich funktionieren soll. Ich kann das auch im Einzelnen hier vorlesen. Amtsgericht Reckninghausen, das Gericht sieht sich auf der Grundlage des vorliegenden Sachverständigutachtens nicht in der Lage, eine abschließende Entscheidung zu treffen. Das heißt, wenn Sie ein unliebsames Gutachten haben, wenn Sie einen Gutachter haben, der noch Rückgrat hat, der auch die Rückführung des Kindes im Auge hat, dann wird dieser Gutachter mit Sicherheit nie wieder vom Gericht genommen und Sie haben eine relativ klare Ausrichtung des Gerichtes. Ich will zum Ende kommen. Ich könnte Ihnen hier sicherlich noch stundenweise über solche Fälle berichten. Die Tatsache ist, dass wir in eine völlig falsche Richtung gehen im Familienrecht. Wir gehen nicht mehr in die Richtung, dass wir sagen, das Kind muss in der Familie aufwachsen, muss sich auch mit gegebenen Missständen auseinandersetzen, ganz einfach muss in sich selbst wachsen, sondern wir haben ein Kind, was irgendwelchen objektivierten Kindeswohl unterlegt werden soll und das wird nicht funktionieren, das wird nicht klappen. Wir werden eine gesellschaftliche Fehlentwicklung erleben, ähnlich wie der Herr Mollert hier berichtet hat, die wirklich äußerst bedenklich ist. Vielen Dank. Was muss denn noch passieren, dass wir das kapieren? Ja, dass wir das kapieren haben, Untertitelung des ZDF, 2020